Während der Rest von Hollywood bei den Golden Globes ist, macht Katy Perry ihr eigenes Ding. In China. Der Popstar postete dieses Bild auf Instagram, auf dem sie im Spagat auf der chinesischen Mauer zu sehen ist. Sie schrieb zu dem Bild, am besten gekleidet, Golden Globes. Es ist ganz klar, dass Katy nicht lieber aufgetackelt bei der Awardshow wäre. Sie war in bequemer Kleidung, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Katy kam diesen Monat in China an und schrieb auf Twitter, Es ist wirklich das Jahr des Pferdes. Ich bin gerade in China gelandet und sehe, dass Dark Horse Nummer 1 auf iTunes ist. Was für eine unerwartete, schöne Überraschung. Sie sprach natürlich von ihrem neuen Song Dark Horse und teilte auch das Kunstwerk, das das Cover der Single schmücken wird. Es ist bereits jetzt ein gutes Jahr für Katy Perry. Sie hat einen neuen Hitsong und zeigt ihre Tonkünste auf der chinesischen Mauer.